Hahaha Ich bin's Du hast den erzielt seinen Charakter mal gewechselt Permanenter Tod. Ihr habt nur ein Leben, Hühner Held. Solltet... Solltet ihr sterben, gibt es keine Rückkehr ins Leben. Wenn gleich eure Taten unvergessen bleiben werden Na, ich bin, ähm, ich nenn dich Brandy Leene Brandy Leene? Wie bei allen weiblichen, ich hab sogar einen weiblichen Barbaren abstellt Ich würde an den weiblichen Zaunerhöhlen und nenne dich Brandy Leene, Hardcore oder so, ich lege das aus Hardcore Hardcore Hardcore? Wie ziehst du? Ja Ok, ich werde erstellen Ich weiß aber eigentlich was sein Hahahaha Ok, was war ich jetzt? Einen annehmen Die Einladung Annehmen Äh, ich hab angenommen, aber ich ziehe auch noch Ja, einfach aufs Spielfortfeln klicken Ich bin, äh... Wie wär's denn da einfach aufs Spielbequals? Hahahaha Nein, das machen wir nicht Das machen wir nicht Kannst du mal aufs Spielbequals? Ja Oder auf Normal Nein, auf Profi Aber ich seh die Schwierigkeit gerade Ja, doch Profi Ja, ich kann noch ein bisschen Normales abholen Genau Also... Normal, oder? Du musst einfach aufs Spielfortfeln klicken, meine ich Du musst einfach bei uns reinkommen Ja, aber ich bin normal, aber ich bin irgendwo anders Ich kann dem Spiel nicht beitreten Bitte erstellen Sie ein neues Spiel und laden Sie den Freunde ein Und das haben Sie Was soll ich mal fragen, die ich nicht eingeladen hat? Sondern ich Bin erstellen du mal das Spiel neu, Justin Ok Wir könnten jetzt eigentlich auch aufs Meister starten, weil wir haben das Spiel einmal durch, ne? Nein Hahahaha Nein Hahahaha Ich hab noch... Ich hab noch keinen Ja... Ja... Ja, Qual 1 oder Qual 2 Guck mal, jetzt haben mich doch alle hier stehen Wenn ich jetzt auf... Wenn ich jetzt auf Fortfilm drücke, geht das dann nicht bei uns allen los? Ja, denk auf... Denk an deine Schwierigkeitsstube, ne? Och, normal... Normal ist ja lächerlich Ach, normal ist lächerlich Aber guck mal, auf Meister kriegen wir 200% mehr Gold, 200% mehr Erfahrung Lass deinen Meister weg Pfff Hahahaha 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 Na gut, dann stellen wir auf Profi Hahahaha 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 Ja, aber schwer... Du musst das mit Diabolo so rechnen Normal ist sehr leicht Schwer ist leicht Profi ist normal Meister ist schwer Qual ist sehr schwer Hahahaha 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 Was sehr leicht ist Hahahaha Du hast ja... Da sind wir bei Diablo 29 Hahahaha 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 Wo bist du denn jetzt? Du hast den Erfolg erhoben Hild in der Zeit, Alter Da steht da... Hild in der Zeit, Alter Hahahaha 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 Da geht's wieder gar nix mehr Hahahaha Lass den Wissen, warum ich nicht mit sahen Lass den Wissen, warum ich nicht mit sahen Hahahaha Hahahaha Nix konnte ich von ihnen lernen Das geht und ich hab den guten Arsch Hahahaha 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 Lade, die Bücher war richtig zu zahlen Riecht zurück zu eurer Mutter. Jetzt rennt er los. Ab geht die Post. Ich bin der Schnitzelweib. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Der handset zurück. Ich suche nach dem gefangenen Stern. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Oh mein Rumpboard, da sind noch mehr. Es kommen immer mehr! Das sind noch, oh. Aber schon halbe Kaffee raus. Haha, sorry. Oh, wie das Blut Andy gesetzt. Er zeigt ihn, warum du das immer weißt. Was hast du denn mit der gemacht, dass sie so dünn geworden ist? Ja, Recycelt, da ist noch was auch dünn. Recycelt hat er sein. So, der Vorteil ist, wir haben jetzt unsere Kiste und können uns ja dumm und dämlich looten, ne? Wer zur Hölle ist, ist schon viel groß. Ich. 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 Oh, der Dino hat sich aber ne schöne Flagge anstellt, du. Wir sollten ihm vielleicht mal klären, wie das hier geht, Frank. Äh, okay, ich meine, was du hier hast, ich will meinen Banner entdecken, ja. Ich hab nur einen Banner, Mann, das ist auch scheiße. Reicht, du. Ich muss erst mal ne Rüstung schmieden, ich kann jetzt, dass mir hier was herstellen. Ja, Hotkeys kommt noch. Du guck mal, du kannst ja S drücken, ne? Und dann siehst du deinen Skillbaum, weil der Skillbaum ist ja etwas anders. Und dann siehst du, ab was freigeschaltet wird, lass mal. Der zweite Skill wird auf Stufe 2 freigeschaltet. Ja, nicht mal das sind wir geworden. Nicht mal das sind wir geworden, ich glaub's nicht. Ja, wir sind knapp Level. Wir haben doch nicht mal die Hälfte. Wir sind knapp Level. Wir haben noch nicht mal die Hälfte meint. Das ist deine Beutetruhe, das ist für jeden Charakter, den du im Hardcore erstellst. Wenn ich dann jetzt werden sollte, was wahrscheinlich hier mal passiert. Dann bist du weg. Ist da was in dieser Truhe dann drin noch? Ja, ja, das bleibt erhalten. Ja, das was ich rein tun bleibt erhalten. So, das ist nicht gemein hier. Rechts. Ah. So, genau. Für den anderen lehn' ich mal noch einen Panzer rein. Du ja, im Hardcore muss ich schon die Tränke weglegen. Ja, das braucht man. Das ist alles. Das ist alles. Das ist immer so mehr so. So. Seid ihr leer? Rumpod sagte, ihr habt den fallenden Stern überlegt. Das habe ich. Ich kam zurück und ich... Pass da auf! Ich verwandle dich! Rrrrrrrrrrrr! Für die Wirtschaft ist das der Tod. Die Toten werden uns überwetigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Aber ich bin sicher. Erstmal Heiltrecke gerufen. Erstmal 50 Heiltrecke gerufen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Jaja. Ich krieg's Buch. Geh mal ruhig da rein. Gib DP das Buch. Gibt DP das Buch. Genau. Gibt XP. Das will ich Brot. Man kann kein Gold übergeben, ne Justin? Ich glaub nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Hier steht nämlich Goldhandel deaktiviert. Sonst hätte ich dir ein bisschen Gold gegeben. Aber irgendwie haben sie es derzeit nicht mehr. Ja, wir haben eine halbe Mille pro Kopf. Außer... Drei Volt. Drei Volt. Wieviel lässt du das denn? Ich hab ne halbe Mille. Was? Boah. Ich hab 322.000 nur. Ja, was macht ihr denn den ganzen Tag? Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine Unlebnisse. Ich hab erstmal Equip gekauft. Ich bewundere euren Mut. Oh ja, Equip kaufen. Komm mal mit. Das können wir auch machen. Für Brandy. Eigentlich können wir nicht. Wir kriegen unsere Sachen, oder? Nee, doch. Da sind noch andere Sachen drin, ne? Was ist das denn? Wir wollen nicht sagen, dass weibliche Babans nächstes Tisch sind. Achso, die... Hier gibt's... Mobs ohne... Ohne BH. Die laufen hier wirklich rum, ohne rum. Weibliche sogar. Sogar dein Geschmack. Sogar dein Geschmack. Sogar dein Geschmack. Sogar dein Geschmack. Oh mein Gott. Deine richtige Fertigkeit. Ja, der ist weg. Der... Den threw auf! OrGod. Der sterb volle Keineh каждung der wie bei mir noch 14 Flasche Bier. Chu falls schon. Wer der alle... Legst mich als ich mal. Ja da hast du ja's. Die Rose anlegen, die du vielleicht gestimmt hast. Leute... die Lust? Anfassen. Aha. Mit Z. Nein, geht leider nicht. ESC kannst du drücken. Nein, du kannst wirklich ESC drücken. Ach ja. Drehn. 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 Weißt du, was das wichtigste im Spiel ist? Wenn du wirklich modobus wirst, wirst du Farbe kaufen und dich einfärben. Ja, das ist das Wichtigste. Genau, Randy. Das ist das Wichtigste. Ja, guck mal an, wie ich aussehe. Guck mal, ich hab mich schon bemalt. Siehst du das? Okay, weiter geht's. Das ist echt... Da geht dir gleich einer flitzen. Guck mal an. Guck mal an. Alle sick. Und alle leer. Ich kämpfe gleich zu Qual eben. Ja, ich glaube auch, dein Ressource ist blau, ne Brandy. Meine Ressource ist ja alles. Nein, nein. Ich meine, deine Ressource ist blau, die besteht aus die Jagra-Pil. Das war noch ein Fake-Zeug. Ich bin nur gut. Ich bin nur ein Fisch. 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 Wenn er mehr Schaden macht, also dein wichtigstes Ding ist Intelligenz. Überall wo Intelligenz dran steht, ist okay. Ich habe mir generiert ein Leben. Vitalität ist halt dein Leben und Intelligenz. Vitalität und Intelligenz, das sind die Werte, auf die du aufpassen musst. Alles andere kannst du eigentlich wegschmeißen. Okay. Ja, ja. Dann habe ich schon verloren, weil mein Wogenmacht ist von Harkazern. Ja, wow. Ja, wow. Ah, mal hier. Oh, oh. Stoppt du nicht mehr, oder? Oh. Ich meine, wenn er erwartet ist, dann ist er noch eh zu. Das heißt, ich kann noch ein Fakt rumlaufen, oder? Ich denke, die Flächenschadenfähigkeit ist besser, oder? Ja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Ich denke, die Flächenschadenfähigkeit ist besser, oder? Ja. Aber da ist nicht... Ja, da steht Neudrang oben. Bei Primär ist der drinne. Achso. Ja. Aber was ist dann 1, 2, 3, 4 mal hier? Ja, das ist voll. Da ist noch ein Schloss drin, wenn du genau hinguckst. Die gehen nach und nach auch. Ich hab schon gesehen, dass da ein Schloss ist. Aber ich akzeptiere das nicht. Ich hab's nicht die Vollversion, oder? Ja. Wie heißt's, Digga? Ich akzeptiere das nicht. Ja, Justin, lass mal Schaden. Siehst du, dass mir das geht? Ja, du bist jetzt der Tank, ne? Das musst du dann... Versuch, klar. Ich bin zu zweifach, wenn es geht, dann. Tank dran, ne? Q, Hotkey. Ganz wichtig. Okrin und seine Frau haben Großmutter und mir angeboten, weiterhin bei ihnen zu leben. Ich denke, das werden wir auch. Nun, da die Tabel ist... Gehen wir jetzt zu unserer ersten Herausforderung, Justin? Ja, Mann. Mich plagen noch immer schreckliche Albträume, und ich hoffe, dass sie nachlassen. Aber es scheint, sie werden immer stärker. Hast du einen Gürtel? Er hat doch auch noch. Das ist richtig gut. Ich hab auch keinen... Keinen zu? Hast du direkt eingelegt, wenn du keinen hattest? Oh, jetzt habe ich nur zwei Leben. Das glaube ich aber nur ein Nahkampf, ne? Aber ist egal. Aber ist egal. Morgen ist doch so schön. Ich wäre aber das gewesen, dass es das zum Beispiel zur Frau ist. Oh, Justin, da kommen unsere coolen Erfolge wieder, ne? Hä? Ja, das ist der Heiltrank da unten drin. Ach so, jetzt kann ich nur einfach... Ja, bis der cool da drum ist, ne? Ja, einmal alle 30 Sekunden. 30 Sekunden. Warte, 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 warte kurz. Ich hab grad was... Mir ist grad was eingefallen. Sind wir da? Ja, sollen wir mal eingefallen? Ich hab's ja in der Zeit eigentlich gewonnen. Ich hab's ja in der Zeit eigentlich gewonnen, Ich hab's ja in der Zeit... Du weißt ja doch gar nicht, was auf die Zukunft. Ich hab' nicht genug Erkrankung. das war ja der leichte keller die kreuzritter genannt wird die einwohner von leichte keller sind wir auch schon fast hingestorben ich konnte kombinieren dass die 200 jahren gegründet wurde zurzeit als ruckis seine partner leichte keller doch diese kreuzritter reisten gen osten ganz andere missionen ich krieg noch nicht mal gut wenn ihr da mit mir hinten rum rennt zu stark seid ihr warum bist du schwäcker oder was ne bin ich nicht ich krieg kein bier schon jetzt du steig und ich in einer höhle auf schatzsuche war wurde ich eines kreuzjetzt und merken auf unfassbarer weise begannen sie sich zu erheben während ich sie nach gegenständen von wert durchsuchte ich muss in neustrischen davon berichten bevor es zu spät ist ja ja ach da ist mein soviel kurz ja wenn ich drauf rücken um mehr freiheit ja was soll denn das für ein skill baum sechs fähigkeiten engl ja ja das ist ja dein kreuzes wie jetzt die OV ist ne verleidung und fähig gleich wieder ins Wasser ja zwei tasten klasse ja ja und wie sind wir? zwei tasten klasse ist einfach so jaja ist doch nicht so ich weiß deswegen hab ich ihn aus dem keller gespritt ja natürlich spielt der zu zeh ja 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 wenn ich slender drücke und auf den Gegner sich dann noch slender und dann hab ich so ne gewisse abklingzeit ne du hast ne abklingzeit du kannst ja wenn du shift gedrückt hältst und so machst das ist ja seh ich leck'n im AC modus ein Träumbezuer du hast nochmal geendet den Riesen Was ich so tue, dann muss ich die einfach... Generative Stofflose. Oh, wir gehen mal hier rein, dann muss ich die einfach... Genau, die sind nicht einfach so. Was, nochmal jetzt hier? Kann man nicht. Das war auch noch nicht die Clash-Höhle, oder? Dann war das die Clash-Höhle, oder? Was? Reicht das, oder? Im HC, ja. Kann man sowas sein. Das war ein teures Spiel, du. Du aufpassen, gelbe Gegner, die leuchten, sind stärker. Alter ist dran. Die blauen sind selbst, das ist ein Vorteil. Mach mich auch langsam. Wie immer steig's. Oh, das ist ein gelber. Äh! Guck mal D! Guck mal D! Guck mal D! Das ist wirklich... D! D! D, ja. Du siehst unsere Lebensbalken. Ja, okay. Ja, da liegen sie am Rand. Ja, die habe ich sie auch. Ich habe sie nie gesehen. Echt? Ich habe sie nie gesehen. Echt? Ich habe sie nie gesehen. Und manche Gegner können ihn explodieren, ne? Das steht aber gar nicht. Du hörst du mir erstmal in dem AT-Spiel, da bleibt dieser Aha-Effekt ja vollkommen aus. Beziehungsweise erst da, aber man kann die nicht mehr anbieten. Ja. Also du stirbst, weil du so ein Bailing neben dir explodiert. Aha, deswegen bin ich gestorben. Aber jetzt ist das dann zu spät. Ja, das Bailing neben dir explodiert. Das ist dann zu spät. Die kommen erst in Akt 3, glaube ich. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, du musst richtig Gegner kiten. Das habe ich geschafft eben mit meinem Zerowerer. Ja. Was wollen wir jetzt hier noch fahren? Ja, unser Quest schickt uns eigentlich zurück in die Stadt. Aber was wollen wir hier noch? War nichts. War nichts. War nichts. Ist ja wie im Bett mit dir hier. Also muss ich hier mal entgegen. Nicht wirklich. Du musst den Wegpunkt da also nehmen, das habe ich mir noch gar nicht gemacht. Ja, hier ist auch der Wegpunkt. Wo ich gerade stehe. Nein, ist alles okay. Was? Wie nimmst du das? Ja, ich bin nicht. Schrecklich. Ja, ich bin nicht der Wegpunkt. Ich bin nicht der Wegpunkt. Ich bin nicht der Wegpunkt. Danke. Ja, ja, da steht jemand bei dir. Das ist richtig. Nein, das heißt, wir haben da schon Händler hochgerüstet. Ja. Da ist das lustig. Also, nee, ist eigentlich braunig. Ich hatte ja noch keine Händler. Na. Kommt. Lasst uns auf... Ich bin nicht der Wegpunkt. Ich bin nicht der Wegpunkt. Ich bin nicht der Wegpunkt. Ja. Guck mal auf dem Minimap. Der leuchtet doch was. Achso, der Wegpunkt. Ja. Du kannst alternativ auch einfach auf die Fahne von wem anders klicken. Die leuchtet dann so aus dich. Dann teleportierst du dich direkt zu dem Himmel. Ja. Ist manchmal so. Ja. Ist manchmal so. Guck, wenn der Frank sich hier... Ja, genau. Geh mal weg. Ja. Lasst mich das Tor öffnen. Wie will das Tor öffnen? Adria war meine Mutter. Adria war ihre Mutter. Ja. Sie starb, als ich noch klein war. Onkel Deckard hat mich groß gezogen. Und wie ist das mit eurem Vater? Aber hier liegt er wegen großer Kreter. Der starb als Tristra mit dem Dämonen in die Indie. Mein Vater, der ist eigentlich Arzt. Unglaublich hier. Oh, der versteckte Keller. Jetzt geht's aber los. Ja, ich verstehe. Hast du Monatel? Hehehehe. Oh, Victor, 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 Victor! Ja, ich verstehe. Oh! Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, weg 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 weg. Wie du siehst, du brauchst Mikro. Ich verstehe. Meins, 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 meins. Jeder hat seinen eigenen Lot, ne? Ich verstehe. Ja, natürlich. Aber das ist genau so. Ich hab jetzt ein Ding gekauft, der 17 Intelligenz ist gut. Also wenn dein Ding unten 17 Intelligenz hätte, da würdest du meinst das Loch gar nicht erst besuchen. Du meinst das Loch gar nicht erst besuchen. Ich will hier übersetzen. Das macht dein GPS. Passt auf 20. Was? Das X, was da lang sie sprechen immer ist. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch. Wohin auch immer er aufgebrochen ist. Soll mal fragen, was hast du eigentlich immer gekämpft mit dem Wirbelwind, ne? Ich krieg ja so 25. Ja, mit dem Wirbelwind darf ich die ganze Zeit gekämpft. Das ist richtig krass. Zerschwunden sein, bevor es so weit ist. Ich brauche ihn, wenn das so was war ja jetzt ähm... Ich bin nicht. Ihr habt euer Leben ausgehaucht. Das ist ja geil. Kannst du ne Achtung auch mitnehmen? Nein, wir können weiter. Ich will da eigentlich nicht mehr nehmen. Das ist ja das... Das ist so cool, oder? Das ist ja meine Frage. Weißt du was jetzt so schade tut? Dass ich gar nicht mehr kenne ich den Charakter. Mann. Kann man das nicht irgendwie umstellen? Was denn? Zu sehen wie der Charakter heißt. Von mir? Von mir bei dem. Freunde. Was weiß ich. Was ich seh auch so lange aber meine E. Ich weiß nicht. Ja, ich will meinen eigentlich gar nicht so gut. Ich will meine E. Gameplay. Brandy ist mutig. Nein. Ich will sein glückloser Dorf bebrüben. Bis das erste Mal mal 10 stirbt. Dann hat er erstmal kein Wissen mehr. Ja, dann geht's aber richtig los auf ne Mal, ne? Sagen wir dir gleich. Ne Justin? Richtig los. Oh, dann geht's gleich auf quer los. Ach, qual los. Kannste glauben. Ne, ne. Ich meine mit Schwierigkeit zu bequalen, Justin meine ich.